schon wieder Zombies. Und nicht nur einen. Ist ja cool. So. Jetzt nehme ich mal das hier wieder mit. Okay, hier wird es lauter. Ja, cool, wenn ich wieder einen Dungeon finden würde. Dann wäre ich glücklich und zufrieden. So. Das rentiert sich nicht hier. Okay, hier ist es wieder leiser. Relativ. Oh, eine Spinne. Ich höre mal wieder eine Spinne. Egal wo sie ist. Ich höre sie. Wieder irgendwo hinter der Wand. Dass man ja schön durchdrehen kann. Rausgeholtes Eisen. Wie immer. Wieder zur Fackel geschalten. So. Hier war ich auch schon mal. Aber hier unten zum Beispiel noch nicht. Nehme ich die Kohle auch gleich wieder mit. Ich erkunde hier die Höhle im Schnelldurchgang heute. Aber die Höhlen nehmen ja nie ein Ende. Aber das ist irgendwo cool. Na, Zombies? Ich höre euch auch genau. Wie ihr mir wieder lustvoll ins Ohr stöhnt. So. Hier rum wird es doch nicht sein, oder? Nö. Nö. Hier ist es nicht. Das hat mich kurz das die Rauchschwade der Fackel irritiert. Ein bisschen Orten wo es herkommt. Ach. Na, habe ich euch gefunden. Habe ich euch ertappt bei eurer schönen Party? So. Ah, ich habe schon wieder keine Fackeln. So. Na, komm. So. Dürfte reichen. Dann habe ich wieder ein paar. Ich warte auf den obligatorischen Greeper. Da kommt er ja. So, komm her. Boah, in dem Moment muss Minecraft anfangen zu ruckeln. in die blöde Sau. Essen könnte ich was. Mach ich gleich mal so eben. Nicht, dass ich hier verreckt wegen Essensmangel. Ach, schon wieder zu Ende hier. Ist ja super. So. Dann mache ich hier mal uff. Und hier und hier. So, dann habe ich wieder Eisen gefunden. Hier habe ich schon beinahe wieder zwei Stacks Eisen voll. Okay, hier ist nichts los. Dann geht es weiter. Hole ich hier die Kohle noch aus dem Boden. Kohle kann man nie genug haben. So. Ich glaube, wenn ich jetzt den Ausgang finde, dann gehe ich auch raus und wir machen dann wieder etwas anderes. Unseren Eisenhaushalt haben wir ja wieder gestillt oder verbessert. Und bevor dass ich jetzt hier verreckt, weil ich übermütig werde. Hier ist aber irgendwo noch so ein Zombie fest. Ich will euch irgendwie nicht suchen. Hätte ich jetzt nicht gerade die Lust dazu. So. Und kann mir irgendjemand verraten, wo es hier raus geht? Immer diese Planlosigkeit von mir. Och, hier habe ich Eisen übersehen. Hier sagt auch keiner was von euch, dass ich hier Eisen übersehen habe. Alles muss man hier selber finden. So. Äh, huch. Ne, hier nicht hoch. Aber hier. Ich glaube, ich habe eine grobe Vorstellung, wo ich hin muss. Aber nur eine grobe. Das ist irgendwo gerade mein Problem. So. Ich habe mich aber eh schon wieder maßlos verlaufen. Aber wie heißt so schön, alle Wege führen nach Rom. Rom. Ich könnte mich auch wieder straight hoch buddeln. Ah! Wer suchet, der findet. Ich habe hier eine dunkle Höhle gesehen. Wieso bist du noch dunkel, du Höhle? Gehe ich aber noch schnell runter. Wenn ich jetzt nicht zu weit gehe, dann finde ich es auch gleich wieder. Oh, ich höre einen Schleim. Interessant. Schleimi, wo bist du denn? Oh, hier wird es leiser. ich höre durch Horgan Ausschleim. Okay, hier irgendwo schätze ich mal. So, ich höre ihn immer noch. Das ist toll. Okay, wo bist du Schleim? Ich suche dich und ich finde dich hoffentlich gleich. Okay, doch die andere Seite. Wurden wir uns hier mal rein. der Schleim verarscht mich. Ist der über mir? Ich werde nicht mehr ach scheiße auf den Schleim. Bevor dass ich hier jetzt durchdreh weil ich den Schleim hier nicht finde höre ich lieber auf. Und gehe wieder hoch. Ah, es ist sogar Sonnenschein. so hier wieder hoch gehüpft so Zombiehände nehmen wir mit. Was soll's so dann sind wir hier mal wieder können wir dann mal erkunden was da oben ist. Jetzt machen wir schnell noch ein Schwertchen Ja genau so ein Eisenschwert so wird wird es in etwa gerade dunkel Ja genau Was was geht mit euch ab Ja und ein Creeper ich verziehe mich ihr könnt mich mal so ich lege mich hin gute Nacht so dann schlafen wir uns mal aus So ich hab noch mal kurz an meinem Energy genüppelt dass ich hier Energie habe für euch So was mach ich mit euch jetzt Ich könnte euch alle töten Hoppala Aha brennt Skelette brennt Ja genau Ihr habt doch nen Arsch offen Allesamt Schießen mir hier den Scheiß Creeper vor die Nase Da werde ich ja blöd Ne So getötet Ja genau So komm her Stirb Ich glaube ich muss hier mal ausleuchten Hat hier nichts mehr spawnt Aber es sieht irgendwo cool aus Muss man schon zugeben Ja Creeper Ich töte dich Ich töte dich und dein Gesocks So Hier könnte man voll was draus machen Muss ich mir noch überlegen was Habe ich genug Erde dabei Nein habe ich nicht aber ich habe genau genug Kupple dabei Dann mache ich mache ich mir hier mal einen Lift von wo aus von voll der Überhang und so So Habe ich mich hier mal schnell straight hoch Hier ist ja echt hoch Wie ausgerechnet So Ist ja cool hier oben Muss man zugeben Schweinchen Muss man schon sagen Hier gefällt es mir Hier könnte man voll was bauen Muss ich zwar noch überlegen was aber da findet sich schon was würde ich behaupten So Dann mache ich hier mal lang Lauf ich wieder zurück Ich überlege mir was ich hier hoch baue Ich hätte gern so ein Wolkenschloss wäre hier cool So wieder runter basteln hoppala das loch gefällt mir auch sehr gut dazu also hier könnte man voll das schloss rein märmeln so passt Stein lasse ich mir als markierung dass ich weiß wo ich mich hoch basteln kann wenn es mal der fall ist so Vielen Dank.